Schwul. Schwul. Ich hab noch mal das B-Teil gesucht, warum auch immer, für Beat. Weil bei Tomahawk, man, wenn man unten lang gegangen ist, ihr erinnert euch vielleicht dran. Ja. Vier Stages. Fünf. Die Musik ist catchy. Oh, deine Lieblingsfreunde. Ich würde oben lang. Sicher? Ja. Alter, warum sind da um Spikes? Was soll das? Ach, wenn man hier runterfällt, damit man auch schön stirbt. Hans, ich würde Flugpower nehmen. Einfach aus Sicherheit. Wenn jetzt gegen ihn gekommen wäre, wäre es runtergefallen. Wenn. Alter. Es wird lustig. Könnt ihr uns mal sagen, wofür es die Beat Parts gibt? Speed Parts? Es wird eh vorbei sein, das Projekt, wenn es oben ist, aber... Ja, ist ja egal. Einfach direkt in den Tod fliegen. Yo. Ja, ist ja gleich stark, dann kann ich gleich stellen. Wie viel Leben hast du? Weiß. Jetzt sieht man es vielleicht. Növ. 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 Niov. Niov. Ja. Enough King, Alter. I've got enough. 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 Warum hast du ein Uhu auf dem... Weil es sexy ist? Warum nicht? Geiler als du? Du sollst nicht mit einer Gegenfrage antworten. Natürlich ist der geiler als ich. Das ist eine Uhu. Seit wann bist du eigentlich so beleidigend geworden? Schon immer. Nee, das ist immer bei mir zurückgehalten. Nee, du kennst mich nur nicht gut. Das ist immer so. Ja, nimm den Flypower. Ja, du musst dich auch gut einsetzen. Da oben würde ich nicht hochgehen, ey. Was tust du, Alter? Er tötet dich jetzt, du fährst runter und stirbst. Versteh ich nicht, was du davor hast. Du musst dich fallen lassen, du darfst nicht springen. Das ist geil. Ich würde ihn erst ausschalten, ne? Oder du lässt dich von ihm ausschalten. Geht auch. Ich hasse es. Da rechts müssen wir rein. Müssten wir nicht. Was hast du groß zu verlieren, man? Unten sind doch keine Spikes. Aber oben? Zum Springen? Wenn du da nicht lang willst, geht er nicht lang. Aber ich glaube, dass da vielleicht dann irgendwie so eine Abkürzung ist oder so. Das ist ja nicht ohne Grund so. Ja, wenn du mit Pau. Was sollst du das machen, Alter? Das ist ja... Oh, ich dachte... Das war dumm. Ich dachte, das ist... Nein, das war einfach nur dumm. Nee, ich dachte, der Mond da... Der Mond. Ich glaube, ich meine, der wäre im Vordergrund, was er sich verhindert. Du brauchst gar nichts sagen mit deinen Aktionen. Na, vielleicht geht's da runter. Nee, ich hab's ausprobiert. Die dreieinhalb von der Vorwand abgerunden ist zum vierten bestimmt nicht. Weiß ich nicht, wird ja sein können. Ja, genau. Warte mal. Boah. Oha. 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 Tchuu tchuu tchuu. Alter, ich hab keine Bock mehr. Sag mal nicht. Wo sind deine Manieren? Tag. Filmst du? Ja. Wolltest du ja Pizza haben? Nee. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ey, wir reden 6,1, ey. Ja, 6. Hier ist ein bisschen viel. Bisschen. Die Muki. Das ist, wenn man da immer die Track die Rasspaul einsetzen muss. Was? Musik ist catchy. von dem wird man sich nicht treffen lassen ist easy und hier kannst doch unheimlich oft probieren muss nur oben auch passen mit power nicht mit flug power mit papern muss darüber springen ja was ist das nicht einfach ja du musst du musst das sofort wieder du darfst nicht springen sondern muss gehen das ist was nicht das wäre bestimmt eine power mit dem man die anderen bosse leichter kriegt das ist egal dass wir sind die power dinger voll nein ich meine dabei bestimmt mehr als ein energietank ich bin zu neugierig ja und kommt da noch was spring einfach durch einfach durch springen der typ trifft mich du checkst es nicht ja du bist eine zeit lang ungesiegbar musst du einfach nur rein ja aber ich fall vielleicht auch du triffst du bist gefallen ist so ein bisschen so dinge mehr ein bisschen sein neuesten du meinst so was irgendwo müsste auch mal der mittelpunkt kommen das war panik reaktion ich hoffe es ist einfach nur schießen können ich habe das war der mittelpunkt nein war es nicht super super ich habe ein schönes vorstellen in meinem leben was diese scheiße ich habe das timing verloren das hat sich das perfekte timing bei denen ja genau das ich möchte spielen jetzt wenn ich ehrlich bin ja was soll ich dich kürze hat einen gewissen charme finde ich ich finde du solltest da rein du kommst dahinter eh nicht weiter du stirbst doch wieder sagte nun nun auch ich bin der nutzer aber ich habe aber bloß die hattesten bosse bei mega mann geschlagen er war schon wieder angeben wo ich hab was gekonnt ja weil du dich dem nicht gestellte so ist jedes mal angst macht du ihn ja nur der will ich erinnere mich warum sprichst du damit flugpower hin ja beim ersten mal ja und bei dem anderen mal warst du dran der erste war auch der härteste weißt du wie er sich redet die anderen waren alle neue schatten von ihm jetzt traurte sich nicht mal in den Ecke zu springen das ist richtig das ist echt nicht schön das Spiel will ich einfach nur bleiben sag du nix ich sag nix ich wollte nur sagen dass du es noch nicht hast es war nicht gegen dich das war einfach nur aufmerksam musst du mini jump machen ja so genau was ja auch so einfach ist was die kann man umbringen mit dem pau das macht das hier leicht komm kannst du mir erzählen was du willst das habe ich echt nicht gewusst er ist so mächtig ja ein mini sprung ganz klein ja ein bisschen anatmen ich habe sie gerade angefühlt ich habe sie gerade angefühlt Leute wir machen einen Schnitt und wir sehen uns an der Stelle wenn Madame da drin ist bis gleich drei Stunden später mal gucken was uns hier erwartet ey erstmal Gegner nur Waffenenergie super was ist das da an der Decke mach doch Flypower Mann f*** dich so drei Stunden später leck mich immer noch erstmal ein Gegner alter flieg doch einfach du musst es nicht kaputt machen kann ich du willst ihm unbedingt allen mitgeben ne jo Satisfaction alter das ist hier voll übel was hier alles gibt dann muss man alles nicht brauchen guck mal Beat wir haben eine neue Fähigkeit gut erkannt was war noch gesagt das ist cool ja ich weiß es ist gut aber ich wusste nicht dass es eine neue Fähigkeit wirklich gibt so dass es direkt was gibt ja was auch sonst oder was weiß ich was das hätte geben können weißt vier Leben und du bist direkt beim Boss das ist outrageous alter outrageous Alter wievielle hab ich jetzt? sechs ich hab alles vor dem Boss wenn ich ehrlich bin was zur Hölle das sieht irgendwie aus waaaaaah waaaaaah ne der sieht machbar aus er fliegt immer wie gleiche Muster kann der beat ausprobieren was macht der bitte? da kommt ein vogel vorbei ok ok ich bin ja echt kein Asoziale Mensch einige Stellen später das sieht gut aus, Energietank das nicht verdrücken und nochmal machen einen solltest du auch ohne alles schaffen glaube ich oder? den wir gleich sehen sollte nicht so das harte Thema sein, oder? komm schon gut der war verdammt schnell tut mir leid für diesen Break da drin aber mal wieder Spielcrash ist 100 Breaks besser gesagt 100 Breaks alter and i can walk 500 more wir sehen uns das nächste mal wenn wir nicht tun ja man rift sich wir sind einfach wir